Sophia, elf Jahre, behauptet, ich schaffe im Unterarmstütz mit einem Hula-Hoop-Reifen mehr Umdrehungen als Jan-Josef Liefers. Sophia und Jan-Josef haben abwechselnd 90 Sekunden Zeit auf Podesten im Unterarmstütz, der sogenannten Plank-Position, so viele Umdrehungen mit einem Hula-Hoop-Reifen, um dem Körper zu machen wie möglich. Wer mehr Umdrehungen schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen Groß, auf Los geht's, Los! Zeit läuft erst, wenn sich der Reifen um deinen Körper bewegt. So, und ihr dürft sie natürlich alle feuern. Sehr gut, Sophia. Noch eine Minute, noch 60 Sekunden. Gebt Walter Gas, komm, sehr gut. Noch 45. Komm. Und es ist nicht nur die Bewegung im Körper, auch die Plank-Position ist anstrengend. Noch 30 Sekunden. Sehr gut, weiter, Sophia, komm. Noch 20 Sekunden. Sehr, sehr gut. Komm, da ist noch was drin. Noch 10 Sekunden. Die letzten, komm, Sophia, gib nochmal Gas. Sehr gut, sehr gut. Und aus. Guck mal da. Ich glaube, das geht so eine richtige, neue persönliche Bestleistung. Ja, auf jeden Fall. So, wir machen bei Jan Musik aus. Und dann ist der dran. Jan, Musik ist aus. Dann kommt zu uns. Ja. Sophia hat den Boot vorgelegt. Soll ich da hochschauen? Ja. Es ist wie, als würde man auf so einen Schafott gehen oder so. Geht's los? Ja, sobald sich der Reifen um deinen Körper geschmeidig bewegt, auch für dich, auf los geht's los. Zeit läuft, wenn sich der Reifen bewegt. Viel Erfolg. Oh, 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 oh. Ah, das siehst du, das ist... Nochmal. Schau mal. Auch hier ist natürlich am Ende die Frage, wie lange hält man das durch. Auch die Gelenkposition muss natürlich sauber gehalten werden. Noch 60 Sekunden. Aber auch Jan Josef, sehr stark. Sehr guter Rhythmus. 45. So. Noch. 30. Da ist der Tischlutz. Ja. Ja. Scheiße. Ah. Ah. Junge, Junge, Junge. Du hast sehr viel im Körper gearbeitet, aber großen Applaus. Du kannst noch mal, wenn du möchtest. Sehr gute Idee. So, wir gucken auf das Ergebnis. Jan-Josef und Sophia. 197 zu 183. Und damit haben wir eine Siegerin im Plank-Pula-Hoop-Duell. Sophia, herzlichen Glückwunsch und wer auf Sophia getippt hat, lag richtig. Und das sind alle vier und damit vier Punkte im Tippspiel. Und wir haben weiter zwei führende Martina Hill und Mario Barth. So, lasst uns runtergehen. Komm gerne mit. Komm zu mir, Sophia. Heute ist der Tag vor Heiligabend, aber heute gibt es schon ein Geschenk für dich. Morgen folgen dann vielleicht noch weitere, aber heute gibt es für dich schon dein Tablet. Mit dem richtigen Bildschirmschoner. Danke. Und der richtigen passenden Tasche. Passt gut darauf auf. Viel Spaß damit. Danke. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. 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 Glocke.